Sie haben ein neues Smartphone oder Tablet? So nutzen Sie Ihr Online-Banking auf dem neuen Gerät. Laden Sie sich einfach die App Sparkasse herunter und nutzen Sie Ihre bisherigen Zugangsdaten, um sich wie gewohnt im Online-Banking anzumelden. Auch die App S-Pushtun können Sie ganz bequem herunterladen. Fordern Sie sich im nächsten Schritt neue Zugangsdaten per SMS oder Brief an. Sobald Sie diese erhalten haben, können Sie die Registrierung in der App S-Pushtun abschließen. Ab jetzt können Sie Ihr Online-Banking wie gewohnt nutzen.